Lohnt sich das Black Friday 100 Packs? 100 zeltende Goldspieler, 10 Spielerwahlen mit FIFA World Cup Spielern, 250.000 Münzen oder 3.000 FIFA Points aka 25 Euro. Man hat eine 2,4% Chance auf einen World Cup Icon Spieler, das heißt allerdings nur in jedem 40. dieser Packs. Und ich hoffe natürlich, ich bin einer dieser Glücklichen. Lasst gerne schon mal ein Like und ein Abo da. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr da drin gezogen habt. Und das sieht bei mir nicht mal nach Walkout aus. Okay, das ist ein Walkout, aber 87er De Gea ist nun wirklich nicht das, was man in diesem Pack rauslaufen sehen will. Wir haben noch zwei weitere 87er und das war es dann auch schon. Für mich wäre folgende Frage dann geklärt.